Der erste Band ist die Anfängerschule vor der Anfängerschule. Auf der linken Seite sieht man diese Icons. Die sind deswegen so gewählt, also mitunter ein Grund, weil die Kinder immer früher anfangen, ein Instrument zu lernen und manche gibt es wirklich, die mit vier, fünf Jahren anfangen. Das heißt, die sind nach drei Jahren davon entfernt, dass sie überhaupt lesen können. So arbeitet die Methode. Und wenn du auf den vierten Tag schaust, da ist Atmung separat. Ganz, ganz, ganz wichtig ist, dass man eine Atmung lernt, eine richtige, ein entspanntes Einatmen lernt. Das geht am besten im Liegen. Die Knie sind abgewinkelt, dass dein Bauch entspannt ist, dass du nicht beim Einatmen schon gegen eine Spannung atmen musst. Dann das Passing oder Lippensummen wird gelernt. Wenn du das kannst, gibt es natürlich das Verbindungsstück, Mundstück, das die Vibration der vibrierenden Lippe aufs Instrument transportiert. Da gibt es drei Regeln, wie man das richtig macht, auch im Videokurs erhältlich. Der Sachverhalt, Trompeten spielen oder Blechplatzinstrument spielen, wird einfach unterteilt in Teilbereiche. Und die werden separat trainiert und wieder zusammengegangen. Wenn du jetzt neu anfängst, dann musst du Notenlinien lernen, dann musst du den Notenschlüssel lernen, dann musst du die Note identifizieren, auf welcher Linie sie ist. Dann musst du schauen, welchen Rhythmus hat sie, welchen Griff. Dann hast du den Fremdkörper-Mundstück drauf. Dann brauchst du für G eine richtige Zungeneinstellung. Und dann sollst du noch entspannt einatmen, dass das überhaupt funktioniert. Für den Lehrer braucht man wirklich Zeit. Also vielleicht kennst du das, wenn der Lehrer zuschauen sollte, dass man dann zu Weihnachten kommt, man drauf, dass jemand ein Instrument so hebt. Das bringt man nie wieder draus. Natürlich ist man bemüht zu schauen, dass die Töne allweg sinnvoll klingen und dann hat man keine Zeit, auf das zu schauen. Aber das ist nur das kleinste Problem. Oft hat man auch nicht Zeit, einen Ansatz zu korrigieren. Warum das so wichtig ist, dass man Zeit hat. Und zwar Zeit zum Beispiel da. Der hat zuerst so gespielt wie im linken Bild. Und das hat nicht funktioniert. Er hat da die Salser zurückgezogen. Das war nicht noch vor. Und ich hätte keine Zeit gehabt, das zu korrigieren. Und ich habe nicht einmal aktiv eingegriffen. Weil die Übungen sind so gebaut, mit diesem Slisando, mit den Bending-Übungen, mit den Pedalton-Übungen, korrigiert sich das. Und dann hat es zum Schluss ausgeschaut wie am rechten Bild. Und das hat wunderbar funktioniert. Wenn die Rippen auseinander geht, was wieder weichert. Ob du das schaffst, dort weich zu bleiben, wenn du dieses G1 passst. G1 deswegen, weil es eine gute Einstellung hat. Also bitte für die Lehrer, die zuschauen, nicht C1 als Naturton hernehmen zu Beginn. Auch wenn es einfacher ist. Aber es ist uninteressant, ob es einfacher ist oder nicht. Du hast ja mit einem Schüler 5, 6, 7, 8 Jahre Zeit, das zu lernen. Ich sage nicht, dass es keine Spannung sein darf. Überhaupt nicht. Aber wenn du zum Beispiel auf P. Also der richtige Ablauf ist einatmen, Lippe schließen, auf B und dann die Luft zur Lippe. Und wenn du dieses B formst, dann kannst du merken, dass da beim B, dass da was passiert. Das ist okay, diese Spannung. Die hält dir den Hals offen. Es geht nur darum, dass dieser Reflex nicht ein Trockentraining, trenne ich die Bereiche Luft und Finger. Weil meine Forschung hat ergeben, dass wenn man über irgendwas nachdenkt, stoppt als erstes die Luft. Wenn ich jetzt zum Beispiel am Hänschen klein bin und ich muss spielen Pi, Pi, Pi und der Schüler weiß nicht, wie das E zugreifen geht, dann passiert genau das. Da stoppt die Luft. Also niemand wird spielen, es geht so lange aushalten, bis ihm einfällt, wie das E zugreifen ist. Es passiert nicht. Ich habe es probiert. Nie. Es ist noch nie passiert. Und genau wie man das macht, gewöhnt man sich eine portionierte Luftführung ein. Und das Schlimme dabei ist, man glaubt später, man hat eine optimale Luftführung, weil der Lehrer sagt immer, ständig Luft geben, du musst ständig Luft geben. Nur weiß man nicht, dass der Körper schon komplett was Falsches eingespeichert hat. Das heißt, dein Gefühl der richtigen Luftführung ist falsch. Und dafür ist dieses Hilfsmittel da, das Ds, weil das lässt dich den Luftstrom spüren. Das heißt, vielleicht, wenn du das mit dem einmal spielst, dann merkst du vielleicht das allererste Mal, wie eigentlich ein richtiger Luftstrom sich anfühlen würde. Ich programmiere dem Körper ein richtiges Spielgefühl, bevor ich das Instrument drauf habe. Auf Notenschrift mache ich nicht so, dass alles gleichzeitig ist, sondern er lernt einfach nur einmal Griff 1, 2. Vier Takte spielen, vier Pausen, vier Pausen, vier Pausen, vier Spielen. Das reicht. Vierter Tag, fünfter Tag, sechster Tag. Das heißt, jeder Übetag ist konzipiert. Die ersten neun Wochen lang. Und zwar habe ich es eigentlich für die Schüler gemacht, dass die das regelmäßige Üben trainieren. Ich habe auch gemerkt, für die Eltern ist es noch viel feiner. Weil die wissen eh nicht, was der Schüler machen soll, das Kind. Und dann sagt man einfach nur, das spielt. Und was super ist bei dem System, ich habe das so konzipiert, dass es jeden Tag in eine Variation kommt. Das heißt, er muss nie was wiederholen. Er spielt die ganze Zeit durch. Das ganze Buch durch und hat immer das Gefühl, er kommt weiter. Ich habe auch schon das Argument gehört, ja, aber da sind keine Lieder drin. Das braucht er nicht. Das brauchst du ja nur du als Lehrer. Du hast das Gefühl, das ist ein Problem, wenn er acht Wochen kein Lied spielt. Aber dafür spielt er dann noch die Lieder viel besser. Das ist eigentlich das, was interessant ist. Ich glaube, der Schüler merkt das nicht. Ihm ist das völlig egal. Er kennt sie nicht anders. Das ist ja nur ein Problem des Lehrers. Da schaut zum Beispiel, das ist die zweite Woche. Elfte, zwölfte Tag. Da sieht man, alles bleibt gleich, weil ich brauche ja Zeit, die ganze Basis einzuspeichern richtig. Aber bei der Notenschrift hat sich was geändert. Das heißt, er spielt jetzt das Gleiche. Nur sind die Notenlinien dabei und der Notenschlüssel. Das stört ihn nicht weiter, weil er das von vorher schon kennt. Aber er gewöhnt sich schon dran an diese Schrift. Beim Rockentraining sieht man gleich, dass das Ganze, also er tut nur greifen. Das heißt, es wird schon chromatisch. Die Chromatik wird eingespeichert und der dritte ist schon voll im Betrieb. Der braucht eh so lange, bis er gut funktioniert. Und das ist alles ohne Nummer 6. Suche den Blob. Und zwar, da lernt er jetzt eine Halbtonbindung, weil es ist ja das Buch grammatisch aufgebaut. Und die Halbtonbindung ist das erste, was man lernen muss, weil es den kleinsten Widerstand hat. Das heißt, du kannst nicht zuerst Naturtonbindungen spielen. Es ist aber viel in Trompetenschulen abgebildet. Also, die lernen C, D, E, F, G und dann C, G, Bindung. Schwierig, weißt du, wie eine technisch richtig gespielte Bindung klingt? Dann weißt du nicht, wohin du, was du suchen musst. Das hat so ein, wenn es richtig gut ist, dann perlt der so. Dann ist super. Dann weiß man, dass es richtig funktioniert. Anfänger, ein Instrument, hat ja keine Übungen im Rucksack. So wie du, wenn du schon lang spielst. Du kannst ja locker irgendwie eine halbe Stunde üben, so, mit den Sachen, die du weißt. Aber wie soll jemand zehn Minuten üben, wenn er kein Material hat? Und in den Anfängerschulen kann man nicht mehr wie zwei, drei Übungen aufgeben, weil dann kommt wieder ein neues Kapitel. Das heißt, selbst der fleißigste Schüler, der die Übungen drei, vier, fünfmal hintereinander spielt, weil er so fleißig ist, kriegt vielleicht zwei Minuten Übezeit zusammen und nicht mehr. Und noch was, die Wiederholung ist ja irrsinnig wichtig fürs Lernen. Und zwar ist es ein Unterschied, ob jetzt der drei Übungen auf hat, eine ganze Woche, und nur die drei Übungen übt, oder ob er jeden Tag was anderes übt. Das ist natürlich das Gleiche, aber auch wieder nicht. Das heißt, der lernt die ganze Woche, spielt er neue Sachen, variiert. Und das ist ganz, ganz, ganz wichtig für den Lerneffekt, weil einfach da ist Müllin gestärkt wird, was fürs Lernen verantwortlich ist.